ja da geht es auch direkt los liebe gaming freunde rein ins game rein ins game herzlich willkommen los geht das würde ich sagen ein bisschen leiser machen kommt er kommt er kommt nicht hier höre ich was wo seid ihr ich sehe nicht mal jeder rennt hier los ohne ziel er läuft hier einmal rum läuft hier wieder zurück den haben wir kommen bei dir größer hin ja ich habe ihn aber ich habe ihn mit der granate ja die haben alle punkte das sieht nicht gut aus er hat mir auch eine granate verpasst habe ich ihm habe ich ihm keine mitgegeben was haben die für waffen da kommt er ist ein hit oder was und dann war es das ja wir können uns nicht wirklich hier bewegen ok da stand nur noch ja jetzt sind wir wieder ein paar buddies hier von der seite ok läuft richtig gut hier ok haben wir mal kurz die punkte eingenommen hier man kann nicht mehr haben wir da sind das ist gut ja 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 Kommt noch einer? Kommt noch einer? Ne? Kommt keiner mehr hier? No, einer von mir. Was ist denn das für ein Hohenverein? Das lief nicht besonders gut, aber okay, war zu erwarten. Mit der Bamka, ein Knallhart. Unternehmen. Boom. Hat er ihn erwischt. Hat er ihn erwischt. Ich glaube, ich weiß jetzt sicher mal, ob er es ist. Ah, ist abgestimmt. Wie geht es? Willkommen zu den Gräutschen-D yachter, und da, was er nicht geht! Andreas, ist unser cloak. Ich nehme mal, ich bin. Geht los. Du weißt, es ist so einfach. Du weißt, es ist so schön, dass du den Hohenweinweg durchgehört. Geht los? Du weißt, ja? Du weißt, es ist so schön. Du weißt, wir sind so schön. Du weißt, wir haben unsere Web-Innen. Du weißt. Dein, wir können zu fahren. Wir schauen, das nicht. Du weißt, das wird nicht so. Wir, du weißt, wir haben hier wirklich. Wir hören, wir müssen auf die Ouнулern. Oh Mann, gegen das verdammte Scheißhaus. Na komm, da kommt keiner, oder kommt da einer? Oh, er stirbt mal, wow. Nice. That aim though, that aim is ass-lassig. So, und wo seid ihr? Ciao, golly, ciao. Was? Der Fritz, du, ey, der Fritz. Fritz ist überall. Uh, yeah. Boah, rennt er mir hinterher? Ach Mann, hey, wo ist er denn? Kommo, wir fein. Nix hier mit C, nix. Oh, jetzt kommt der hier. Okay, einmal kurz umgedreht, einmal kurz umgedreht, hey. Venga, va, vamos. Enemigo en Kaser. Han tomado Kaser, contra attacken. C, C. Oh, dos en fe. Zwei hier bei C. Oh, von hinten. War klar. War klar. War klar. Wo ist er? Da kommt keiner. Die kommen hier nicht. Oh, die Flanke. Doch, da ist einer. Ah, ich wollte meine Shelly verpassen. Na, hm, 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 ich geh mal unten lang. Komm, hinterher. Wir haben beide hinterher. Jawoll. Der Zukunft. Das ist der Zukunft. Ah, von da drüben, okay. Die kleinen Kontis. Also. Infanteria vista da in la pila de Modera. Selectivo en cal afuando verla. Perfechtes Schuss. So. Guck mal den Отchen. Oh, mit der Pumpgang der C. Ah. 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 Ha. Ah. Ah. Nicht wegen mir, das ist klar. Na ja, haben wir hier mal ein bisschen was freigeschalten. Weiter geht's. Was gab's denn her? Was war das hier? Typ 100 und da gab's was. Das neue Site. Ich glaube, ich spiele jetzt noch mal ein bisschen. Da können wir noch ein bisschen aufranken. Was gab's da noch mal als nächstes? Was war die nächste Stunde? Okay, man kann schneller klettern. Und hier hat man noch zusätzliche Ladung. Kann ich hier nicht eigentlich eine andere Waffe nehmen? Ne, ich muss mal mit der ein bisschen zocken. Die auf jeden Fall noch ein bisschen aufranken. Geht's mal los oder was? Ich glaub nicht. Mal gucken, ob wir eine neue Session finden hier. Willde. Mach mal los. Ho va mit der in Angen. Ho, ich muss mal das aufräumachen. Ich glaube, ich muss mich sehr, sehr schütze. Ich muss mich mal sometimes rüber runter runter. Geht's mal genau. Geht's mal. Ich muss mich nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr. Also Memmerkisch. Und da bin ich ja. Ich muss mich nicht mehr. Und wie mich nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr. Oh yeah, jetzt geht es los. Dann spiele ich dir mal ein bisschen. Tja, hier ist niemand. Oh, ich habe ihn erwischt. Oh nee, da gab es noch einer. Ich glaube es nicht. Oh, wieso? Kommt ihr mal her. Kommt ihr mal, hier ist mal einer jetzt. Komm, zusammen, buddy. Er Momia. Komm hier, wohin. Wir sind bei dir. Ich bin bei dir, Digga. Wir haben das. Boah, ich habe schon hinten einen Schritt. Oh, hier ist noch jemand. Oh, alles daneben. Alles daneben, Digga. What the fuck war denn das? Was für ein Fail? Oh. Oh. Oh, wo sie ist? Was ist das für ein Chaos, Alter? Das ist ein Chaos, es geht hier rechts und links. Komm, lass uns zusammen gehen, Buddy. Was ist da los? Wo geht Ela? Mach den Schleicher, er macht den Schleicher. Ja, wo, wo? Ich sehe niemanden. Was ist hier los, Alter? Was ist hier los? Da stehen sie die ganze Zeit. Guck ihn dir an, den Hohenzoll. Von hinten mit dem Messer, guck ihn dir an, den Bastard. Schmeiß mal ne Granate grad so rüber. Ja. Ja. Tja. Von wo? Oh, da liegt einer auf dem fucking scheiß Trincheras. Ja. 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 Gibt's doch nicht, ey. Es sind immer zwei, drei und wir rennen rum mit die kleinen Spastis hier. Kommen wir jetzt mal zusammen. Gut gemacht. Wir gehen zum nächsten Schritt. Nee, nee, so nicht, so nicht. Oh, kaum in Zeitlupe, Alter. In den Rucksack hat er den geschossen. Ins fucking Backpack, ey. WTF? Der Backpack. Guck das an, du, guck das an. Das wäre ein bisschen Leipzig für die Leute, die hier im Team schätzen, ne? Wir sind zwar auf deutsch. Boah. Alter, mit was? Mit was? Na, was denn? Was denn Masaya hab ich hier? Ich höre es hier schon wieder laufen, aber kommt hier keiner. Junge, 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 da haben sie mal kurz bombardiert, ja? Jawoll. Vielen Dank. Dann geht's. Fuck, wieso treffe ich nichts, Alter? Ist ja schlimm. Ist ja echt zum Kotzen, ne? Es geht mir so auf den Sack, dass du es nur fucking Spanisch einstellen kannst, ja. Ja, war mal einer. Dampfus, seid ihr alle. Ja, klar, von allen Seiten. Und wo sind meine Team Buddies, da? Wo sind die? Was ist das? Nehmen wir auch gleich eine Pumpkanne, das weiß ich aber. Ich treffe nichts. Kannst du machen, was du willst. Kannst du machen, was du willst. Das ist eigentlich Simon in Bombardement her. Wow, ich hab mal getroffen. Wow, da war mal der Sniper da. Was ist das? Paquete de ayuda descendiendo. Protejan la zona de lanzamiento. Enemigo en Andor. Meldido, Andor. Tomamos B. B. Berta controlado. Perdemos el objetivo Berta. Enemigo en Berta. Ataque total. Zona del objetivo fijas. Pasión de bombardeo con Prince. X-Bus. Buses de mortero en curso para valer la zona. Maquete de ayuda descendiendo. Protejan la zona de lanzamiento. Aseguramos casser. Los paracaidistas enemigos nos rodean. Unión de contrarreconvimiento listo para atacar aeronaves enemigas. Capturamos casser. Capturamos casser. Capturamos casser. Aaaaaah. Dammit. Puff. Ha alles nichts gebracht. Puff. Capturamos casser. C찰f. Puff. 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 Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Meat shield. Meat shield. ok auf jeden fall wieder sachen freigeschalten was soll man das heißt jeden fall noch mal extra was war das hier oder wahrscheinlich infanterie zusätzlicher schaden ist immer gut was haben wir dann noch was ist das mehr präzision ok aus der hüfte schießt und wenn man kopf schießt mehr schaden als das ein bisschen cooler und das noch dazu er kommt machen wir mal machen wir das wird schon laufen wird schon laufen kriegen wir hin kriegen wir hin so jetzt ab nach gibraltar ab nach gibraltar an dieser dominion modus dazu sei natürlich kein call of duty mensch noch nie gewesen aber dieser dominion modus ist glaube ich der der bisher so am besten gefällt dieser warm modus ist nicht schlecht und die anderen muss ich ehrlich gesagt mal noch ein bisschen mehr ausprobieren ja mal reingeschaut mal gezockt aber so das war wasser eigentlich ne so jetzt bin ich mal gespannt ob wir wirklich wie legt er sich hin wie kann man sich hinlegen halten ja wir haben wir holen zählen kaum wir holen zählen guter mann was kam denn der her der wichser alter schalter sollte ich da ne pump kann nehmen ja 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 Ich habe ihn doch. Was ist das wieder? Habe ich ihn nicht getroffen oder was? Oh Mann. Gehen wir hier an der Seite? Durch oder? Huf. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich kenne die Map noch nicht so. Oder um nicht zu sagen, ich kenne die Map überhaupt noch nicht. Fucking Gewaltar. Was ist das hier? Was ist das hier? Guck mal, hier ist einer. Hier ist einer. Wo bist du? Komm her. Oh, guck ihn dir an, den Bastard, Alter. Scheiß Dreckshuhrensohn. Was ist das? Ich springe hier durch die Gegend. Mongo. Da hängt da oben einer rum. Fick dich ja. Fucking Camper. Oh ja, ey. Die Waffe lädt ja. Das ist ja wohl die, die am längsten nachlädt. What the fuck? Springt er runter. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau so. Was ist das, Alter? Ey, ich brauche eine Pumpgun. Traue eine Pumpgun, aber mal ganz, mal ganz dringend. Ich will auch eine Pumpgun. Ich will auch mitmachen. Mit dem Game. Kommt keiner. Hier ist keiner, Alter. Hier kommt keiner. Jetzt gibt es hier ein paar Gänge. Von hinten. Ja, von hinten. Wo war der Buddy? Wo war die Drecksau? Echt super. Ich bin auf dem Punkt der Kontrolle. Echt super. Ey, die ganze Zeit von hinten habe ich denn keine Kollegen oder was, ey? Das gibt es doch gar nicht. Wo sind die? Wo sind die? Hier sind alle vier. Komm, komm, komm. Los, 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 von hinten, wieder von hinten. Ja. Wer muss noch mit der Pumpgun? Oh, da stand er. Ich habe ihn im Augenwinkel gesehen und nicht nach. Ach, ey. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich muss ja in den Gängen bleiben. Das ist schön mit der Pumpgun. Oh. Ich warte mal. Vielleicht läuft gleich einer vorbei. Ich merke, ich merke es schon. Höhen doch. Ach, komm schon, jetzt würdest du gerne hier nochmal einen wegpusten. Aber hier vorne ist einer. Oh, ich glaube es nicht. Komm. Oh, ist der Eimer rumgelaufen. Er kommt von oben ein, oder? Oh, haha. Uff, das war knapp. Uff. Oh. Ich habe die Granate erwischt. Kopfschaden. Obten wir, bravo. Der stirbt nicht. Der will einfach nicht. Der will einfach nicht sterben. Kannst nichts machen, ne? Oh, guck dir das an. Pop, pop. Er ist irgendwie förmlich mit der Pumpgun auf den Kopf gesprungen. So, jetzt. Jetzt geht es los, Jungs. Hier, alle. High Level. Wir sind die Kings. Ich merke es. Denn hier, was geht dann mit euch? Kannst du schon. Rein da. Rein in die gute Stube. Da oben. Okay. Oh nein. Werft eure Granate hin. Jetzt kommen wir aber auch rein. Jawohl. Kommt noch einer. Ah, von oben kam er wieder gesprungen. Guckst du dir an. Guckst du dir an. Ja, will ich ja mal hoch. Ja, will ich ja mal hoch. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, es kommen zwei. Guckst du dir an, wie sie rechts und links. Von rechts und von links kommen sie dann. Oh, der liegt hier am Boden. Guck ihn dir an, den Camper. Guck ihn dir an. Schlimm, schlimm. So soll aber was gehen. Hengi, Kini, 1, 1, 2. Das geht ab. Oh, oh, oh. Komm schon. Wir haben A. Wir haben A. Von wo? Von wo? Okay, A haben wir geholt. Gut, gut, gut. Junge, Junge, Junge. Das gibt's doch nicht, heim. Das gibt's doch nicht, heim. Komm, ich krieg ihn, krieg ich ihn. Aber der Pam kann halt nichts zu machen, ne? Ach, der, es gibt's doch nicht, heim. Ich renne die ganze Zeit hinter ihm her und krieg ihn dann nicht, heim. Die scheiß Pumpgun hat eine Reichweite wie mit meinem Schwanz, ey. Das kannst du echt nicht anders sagen. Mann, Mann, Mann. Buff. Ey, Alter. Zu langsam. Viel zu langsam. Mal hier, und ich komm hier nicht hin. Er läuft einfach hin. Auch nicht schlecht. So wie das machen muss. Jetzt mal ran an die Bulletten. Komm schon. Ne, ne. Alter, ich schieße ihm noch den Kopf, oder? Schieße ihm den Kopf? Ja, der Problem ist, ich bin in Spanien. Und wenn du das Spiel hier und du es in anderen Sprachen verwenden kannst, dann sieht es in Italien. Und ich spreche nicht in Italien. Aber Spanisch. Ich weiß nicht. Das ist wirklich verrückt. Du kannst nicht die Sprache verwenden. Das ist richtig. Du kannst nicht die Sprache verwenden. Und wenn du die Sprache verwenden kannst, die Sprache zu Englisch. Das Spiel immer in Italien öffnet. Ich weiß nicht warum. Und ich kann nicht in Italien sein. Es ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich würde es gerne in Englisch oder in Englisch oder in Englisch, aber es wird nicht funktionieren. Activision said, non? Italien? So, let me see. Ich glaube, ich habe was bekommen für... Nope. I need a pump gun in my setup. Ach, the US is Texas. Schauen wir mal, ob hier was geht. Das ist eigentlich immer ganz cool mit dem Sniper, glaube ich. Mal probieren jetzt. Oh, gleich zwei und ich habe meinen Sniper nicht. Ich könnte den Sniper nicht nehmen. Let's see. Ich muss jetzt hier umgehen. Oh, da sie sind. Was? Okay. Okay. Got this one. Oh, 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 kommt hier. Bravo! Muss eigentlich jemand drin sein? Fertig wie. In la cubierta de Sribor! In la cubierta superior! Bravo, está en apuros! Capturamos, bravo! Avion de reconocimiento enemigo avistado! Ah, es sind gleich zwei. Wieso es ist hier keiner? Wieso es ist hier keiner? Wir haben einen Sniper auf so engen, ähm, auf so engen Plätzen ist halt echt schwul. What? New Host, okay. Ja, well, sure. Don't see anyone. Why are they? Not here. Not coming. Need to get up here. This place. But I'm all the... I'm alone all the time. Where are the buddies? They have to come here. Nope. Won't come. Okay, they're fighting. In the air. Oh, hey. Turning around for a second and... Bam. This game is... Ridiculous. Fuck. Again. Like... What the fuck? Bravo, está en apuros! Tempesto land grab till me avenge. Fuck it, man! Mit der Punk gun wieder älder. Ohne Witz. Was ist das? da amortrag Oh, da nehme ich gerade eine andere Waffe. Oh, Mann. Oh, ich kriege die nicht, Alter. Über euch, dann tappen wir. Was ist denn das? Was ist das? Genau ins Fenster rein, guck ihn dir an. Okay, ich gehe nochmal hoch. Vielleicht kriege ich den. Do I get the guy? Come on, come on. Come on, coming. Come on, come on, come on. Ah, es ist zu lang. Ah, es ist zu lang. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja. Ich bin immer nicht da, wo der Gegner ist. Hm, niemand hier. Oh. Ja, klar. Ich bin im Headshot. Ich bin im Headshot und der stirbt nicht. Okay, okay. Ich wechsle wieder. Ich brauche ne Geschalterwaffe. Ich brauche ne Schnelle. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Okay. Ja! Oh, am Boden liegt er. Guck ihn dir an, den alten Camper. Okay, die sind jetzt bei B, A, A, jetzt bei A, jetzt wieder bei B, müssen B verteidigen. Komm, sprich da hoch, Alter, was ist hier los, Mann? Boah, ich glaub's nicht, Alter, ich glaub's echt nicht. What? Tomamos, Alpha. Jordi está en apuros. Ha capturado. Los Jotas salvavidas. Disparando la primera batería, posición del objetivo confirmada. Ja, boy. Oh, ich hab ihn nicht erwischt. Ich hab ihn nicht getroffen, ich wollte ihm einfach mal so ne Schelle geben. Einfach mal so ne, einfach mal so ne kleine Schelle. Aber, ging wohl nicht, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ai, 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 ai. Ah, läuft, das läuft, so langsam, so langsam. Hätte ich warm mit dem Game. Okay, hier die ganzen, die krassen Killstreaks bleiben natürlich aus, ne. Aber das ist normal. In meinem Alter wird man ein bisschen langsam. Und, ja, da geht das nicht mehr so, ne, mit der Reaktion. Äh, 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 von wo wirst du angegriffen? Äh. So, was ist hier los? Hugo Pro. Kids, seid ihr noch alle wach? Ja, Mann, Alter, da geht's nach oben. Zack, Rang 15. Jetzt müsst ihr eigentlich auch die nächste Wache gehen, wenn ich das richtig verstehe. Aha, Cash, Cash. Rang 15, in was? Ja, Mann, STG. Uh. Wo, wo, wie, was, wann? Typ 100, hier war das. Ne, STG, die war es nicht. Äh, war das nicht so eine Typ 100 Zupfussel? Was ist das denn? STG, die, nee, Infanterie. Infanterie. Soll die gut sein, ja? Ist die gut, ja? Dann legen wir die mal an. Und gleich mal, STG 44. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. So. Leider habe ich hier noch keine Gimmicks, hä? Egal, ich zocke die Waffe jetzt einfach mal eine Runde. Und da geht auch schon die nächste los. Zeben Sekunden. Im schönen Ardennen Forest. Aha. Ich kenne die Maps noch gar nicht. Wieso, wieso habe ich bisher immer nur die gleichen Maps gespielt? Kamen da immer nur die gleichen Maps bisher, oder was? Kriege ich die ganze Zeit neue Maps? Ardennen Forest. Kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass sie schon mal gezockt habe, jetzt. Aber egal. Infanterie. Und ab geht er. Uff. Was ist denn das für ein Zielding? Das will er wollen. Das will er was. Das will er was hier. Gut schon. Gleich mal Granaten. Hier. Na, ich kriege ihn nicht. Wo ist er? Sie ist zurückgezogen, der Kleine. Die Waffe hat ja überhaupt keinen Recoil. Das ist schon geil. Okay. Aber hier ist von der Seite gefeuert. Wo kam der denn jetzt her? Was ist da los? Ich gucke in die Richtung. Kriege ihn trotzdem nicht. Könnte ich kotzen. Er kriegt Plack. Er kriegt Plack. Wann schon, was seid ihr, Jungs? Was seid ihr? A auf A, ja. Wo holt jemand? Was? B? Wo? Was? Wo holt da jemand B? Von wo die immer schießen, Alter? Boah. Alter, drehst dich um, suchst den Hunde, warum bewegt er sich nicht? Was? 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 Versteht es nicht, sobald du hier den rechten Stick bewegst, lädt das Ding nicht mehr nach. Das ist ein bisschen schwul. Ein bisschen schwul ist das? Was höre ich hier aus hier laufen? Ich sneak mich hier mal. Alter, ich. Was ist das? Wieso sterben die nicht, ne? Wir wollen die nicht sterben. Okay, ich gehe immer über die Seite. Na, Späh. Komm schon, ne? Ich muss doch jetzt, hier kommt doch gleich an, oder? Hier kommt doch jetzt gleich an. Ah, von da, vielleicht zwei. Hat mir schon übel was abgezogen, jetzt wollen wir nur noch eine anpusten. Gehe ich doch anders drum. Gehe ich doch anders drum. Oh, Alter. Alter Schalter. Also die Waffe mit einem Zielfernrohr ist bestimmt geil. Aber. So. Ich treffe halt gar nichts. Oh, ich habe mal was getroffen, hey. Unglaublich. Ja, da kam er. Ich hab dir gerechnet, Kollege. Oh, nein. Alter. Wie? Der Aim. Also, blinder geht's nicht. Blinder ist, ist, also kannst du einfach nicht. Geh einfach. Was willst du machen? Kannst, also einfach nur daneben schießen die ganze Zeit. Ja, genau. Werft einfach mal Granaten. Alter, was ist das für ein Hurenteam, Alter? Was ist das? Drecks Team. Wo rennt ihr alle hin, ehe gestörten Kinder, Alter? Ohne Ziel. Ja, renn einfach ohne irgendwo. Ja, genau. Ja. Ja, wo ist der Hurensohn jetzt? Das gibt's doch nicht, oder? Da laufen wir zu zweit die ganze Zeit rum, da verpisst der Bastard sich einfach. Hä? Dann mache ich hier das Meat Shield, ne? Und was macht der Bastard? Ach, so ein Dreck. Was haben die auch alle für Waffen, ne? Also, so nicht, so nicht, Kollegen. So, also, nächste Runde. Ja, es ist krass, es ist krass. Es ist krass. Krass, krass, geschickt. Ich bin halt auch einfach wie dumm. Kann man jetzt mal nicht anders sagen. Ich laufe hier einfach nur rum. Die Map finde ich ja nur scheiße, kann ich ja mal nicht anders sagen, aber. Bleib am besten mal einfach stehen, alle nur wie Mongos durch die Gegend rennen, he? Bleib hier. Das macht ja Spaß so. Das macht ja richtig Spaß. Das macht ja richtig Spaß. Das macht ja richtig Spaß. Ich gehe zwei Meter vor und ich gehe gleich am Kassier gleich, Alter. So witzlos. Viere hin, Alter. Ents gli', okay. Krass, 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 das ist ja richtig scheiße da, das ist ja richtig scheiße, das macht so keinen Spaß, das ist ja unglaublich, wie das keinen Spaß macht, Alter, wir sind immer besser, klar, immer besser, immer, immer, immer hinter irgendwas und wir rennen hier rum, das ist logisch, weil es macht Sinn, wo rennst du Bastard hin, wo kommst du her, wo rennst so hin, was steht da noch, ach Alter, hey, come on, das meinet mit, das meinet mit, sprechen wir lieber selber in die Luft, ja, so, so ein Witz, allah, guau, weg hier, con fünf령ig. Oh, 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 oh. La derrota es inaceptable. INAACEPTABLE. ¡LA VERROTA ES INAACEPTABLE! ¡LOS DERROTA ESTÁ ME DESPÍAS! Tja, ich glaub das war's, viel mehr geht da heute nicht, zumindest nicht auf der Map, was war das? Adenfor, was muss ich mir merken, oh mein Gott, man, 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 du hast ja eine schwule Mapel. So, ich schneck mir mal was, schnell, zu, dreienten, hm, zu dreienten, und äh, äh, das ist ja, dann geht's nachher noch weiter mit der Runde Fortnite-Kollegen. Bra, 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 weil das hier, jetzt kannst du ja wohl in die Tonne kloppen. Da geht ja gar nix, da geht ja gar nix, ja. Mann, 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 aber hier haben wir was bekommen, oder? Haben wir was hier bekommen? Ja, Mann, wir haben hier was bekommen. Oh, im Visier. Nach einer Runde, wenn wir jetzt noch eine Runde machen, müssen wir eigentlich doch gleich nochmal, gleich nochmal Shit kriegen, hm. Hm, na, ich will mich nachher nochmal Collagen. Ja. Hm. Mmm. Hm. Hm.